Jeder Deutsche produziert jeden Tag im Schnitt 1,7 Kilo Müll. Zusammen kommen wir so jedes Jahr auf über 50 Millionen Tonnen Müll. Und der wird natürlich getrennt. Ich bringe mein Einglas zum Container. Plastikverpackungen, die kommen in die gelbe Tonne. Papier und Pappe kommen in eine Extratonne. Alles andere landet im Restmüll. Eine Biotonne habe ich persönlich jetzt nicht, obwohl die sogar kostenlos wäre. Aber bringt es wirklich was mit dem Mülltrennen? Ihr habt bestimmt auch schon oft den Satz gehört, das wird doch eh nachher alles zusammengeschmissen. Das ist Quatsch. Natürlich bringt es was, wenn wir unseren Müll trennen. Denn wir wollen ja, dass es wiederverwendet wird. Und das geht eben nur, wenn möglichst viel vorher getrennt wurde. Vielleicht ist es also Zeit, mal mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen. Recycling-Abfälle werden recycelt. Nicht immer. Wenn Kunststoffe zum Beispiel zu dreckig sind, dann werden sie aussortiert und landen letztlich doch in der Müllverbrennung. Aber wie viel wird denn nun tatsächlich recycelt? 40 Prozent, 60 Prozent? Studien kommen da oft auf unterschiedliche Ergebnisse. Fest steht, bei weitem nicht alles, was in den gelben Sack kommt, wird auch recycelt. In Deutschland gibt es keine Mülldeponien mehr. Nicht ganz. Nur unbehandelter Restmüll darf nicht mehr einfach so deponiert werden. Deshalb wird der Restmüll in Deutschland verbrannt. Beim Verbrennen entsteht Energie, die wir nutzen können. Und vom Müll bleibt nur etwa ein Viertel in Form von Asche zurück. Und diese Asche, die landet dann eben doch noch auf der Deponie. Tüten aus Bioplastik eignen sich super für unseren Biomüll. Nicht in jedem Fall. Die Tüten brauchen lange, um sich zu zersetzen. Für die industrielle Kompostierung ist das kein Problem. Auf dem Komposthaufen im Garten hat Bioplastik aber nichts zu suchen. Gelbe Säcke werden ungeöffnet nach China verschifft. Bis vor kurzem wurde tatsächlich viel Recyclingmüll nach China gebracht. Seit 2018 ist damit Schluss. Zu Beginn des Jahres hat China die Einfuhr von 24 Abfallarten verboten. Darunter verschiedene Plastiksorten, Metall oder Elektroschrott. Nur Produkte mit einem grünen Punkt dürfen in den gelben Sack. Nein. Der grüner Punkt-Mythos stammt noch aus den 90ern. Damals wurde die Wirtschaft dazu verpflichtet, ihren Verpackungsmüll zurückzunehmen. Das Unternehmen der grüne Punkt war das erste, das die Verpackungen für sie sammelte. Als Faustregel gilt aber, alle handelsüblichen Plastikverpackungen dürfen in den gelben Sack. Und was passiert mit unserem Müll, wenn wir ihn weggeschmissen haben? Ich habe mir das mal genauer angeguckt und war dafür unter anderem in der Müllverbrennungsanlage. Was ich da erlebt habe, das hört ihr in der zweiten Podcast-Folge von Ohne Müll. Den haben wir euch hier unten verlinkt.